Hier im Kawasaki stand. Also liebe YouTube-Freunde, ich habe hier den Kevin neben mir. Er ist von Team Bolliger und von ihnen habe ich zwei Eintrittstickets bekommen zur SwissMotto in Zürich. Und ich bedanke mich herzlich. Und er, er sage ich euch schnell mal, was er, wo er Rennen fährt, mit was für einer Maschine. Ja hallo zusammen, ich bin der Kevin. Wie gesagt, ich habe dem Haus hier zwei Tickets gesendet. Er hat hier bei uns einen Wettbewerb gewonnen auf der Facebook-Seite. Heute präsentieren wir hier bei Kawasaki Schweiz unser neues Motorrad, mit welchem wir die Langstreckenwählen 2016 fahren. Ich bin Mechaniker zusammen mit meinem Vater im Team. Und das Motorrad wird in ein paar Minuten präsentiert und wird sicherlich von Haus hier ein paar schöne Aufnahmen geben, die er euch dann auch präsentieren wird. Vielen Dank, Kevin. Ja, du machst deine Aufnahmen. Danke. Ja, hinter mir. Diese Maschine wird enthüllt. Team Bolliger Rennmaschine Saison 2016. Ich habe den Stand gesucht. Wir kommen zu der Entwüllung einer ganz speziellen Dörfer. Das ist das Rennfahrzeug von Hans-Peter Hempel Bolliger. Und Team Bolliger, der seit über 25 Jahren mit Kawasaki in den Filmen durch die Weltmeisterschaft mitfährt. Ich möchte das erste Mal schnell den Hempel vorne bitten und eben zwei, drei Fragen stellen. Ich möchte das Rennfahrzeug von Hans-Peter Hempel und Hans-Peter Hempel und Hans-Peter Hempel. Du fährst seit 25 Jahren mit Kawasaki in den Filmen. Ja, also das ist, das beste Produkt, der Rennspot. Bei den Fahram und Team ist das ein Problem. Sie ist seit vielen Jahren mit dabei. Und seit einigen Jahren auch mit dabei ist Messe Schweiz in voller Weide als Messerverantwortlicher. Bitte, auch euch, kommen wir kurz vor. Das ist aufrichtig, dass man live, du hast zwei Damen mitgebracht. Wir danken und wir schieben jetzt so durch. Wow! Danke vielmals. Ich würde sagen, wie das so ist, grün ist einfach schön. Enco, das hast du und dein Team fantastisch gemacht. Willst du bitte mir noch ein nächstes Wort? Enco, ich will in deinem Team seine Rennfahrer für Glück, dass sie alle Rennen voll fertig fahren und eine weitere Steine in der Meisterschaft erzielen wollen. Herzlichen Glückwunsch und Merci für's dabei sein. Applaus Wenn der Zeit ist, können wir nicht in das Kaffee kommen. Noch einmal vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.